Hallo Bullerei. Hallo. Hey, willst du mich verarschen, Mann? Was Strecken angeht, da bin ich echt nicht so begeistert, äh, nicht so gut. Nicht so begeistert. Was liebe ich da? Ich fahre eine Yamaha R1 RN09 und hat einen guten Sound. Ha, ich liebe es. Ha, 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 ha. Da zeigt er mir den Daumen. Und, ja, ich fahre natürlich 50, ne, wie sich ja ... Ich würd doch nie heizen. Oh, schönes Ding. Und ich hab ja außerdem kein lautes Motorrad, also auf auch kann man sich wahrscheinlich ganz gut verstehen. Also okay, ich hab'n lautes Bedohrbart, aber ich hab's nicht an. Das sind meine Gartenhandschuhe hier. Die bringen auf jeden Fall einiges. Das ist das gute Stück. Die Optik ist einfach phänomenal geil. Die Optik ist einfach phänomenal geil.